Das Besondere an der Zornesfaltenbehandlung ist, dass die Kombination manchmal notwendig ist und die richtige Dosierung hier angewandt werden muss, damit die Mimik weiterhin vorhanden ist, aber zugleich auch die Faltenbildung und das zornige Gesichtsausdruck hier reduziert ist. Und das zeigen wir hier gerade in der Behandlung. Und ich denke, die Patientin kennt das bereits. Sie hat ja eben regelmäßigen Abständen alle sechs bis acht Monate diese Behandlung bei uns. Und ich freue mich, das Ergebnis hier auch mal zeigen zu können.